Ich bin der David, ich werde bald 18 Jahre alt und ich bin gerade im dritten Lehrer als Schlosser und wir beschäftigen derzeit 19 Lehrlinge in der Firma. Wenn du bei uns in der Berufsschule einen ausgezeichneten Erfolg bekommst, dann gibt es eine Prämie. Bei uns erwartet euch jede Menge Action, so wie Skiausflüge, Wellness, Weihnachtsfeier oder einen Lernungshof. Erstens, du sollst Interesse zeigen am technischen Beruf. Zweitens, in der Metallverarbeitung und drittens, ein bisschen Ausverstanden kann auch nicht schon. Wenn diese drei Punkte auf dich zutreffen, dann bist du bei uns richtig.